guten tag in diesem video möchte ich ihnen ganz kurz erzählen über unsere neuen projekte über unsere home dating parties im grunde genommen das sind online dating parties und das ermöglicht unseren teilnehmen von zu hause aus sagen wir so wie shopping auf der couch von zu hause aus miteinander in kontakt zu treten und schöne frauen kennenzulernen einen test haben wir schon durchgeführt bei acht paaren kommen wir zu drei kontakte austauschen und das ist wirklich ein gutes ergebnis und das zeigt dass auch online dating party zum erfolg führen kann wie sieht es aus wir machen eine ganz tolle gruppe aus 15 herren und 15 damen im gleichen alter ungefähr und dann zum gleichen zeitpunkt sind alle menschen über eine app online mit video das geht mit video über handy oder über ihr tablet aber natürlich mit guter internet verbindung bei der party treffen wir uns aufeinander mit einem moderator beziehungsweise moderatorin im moment das bin ich und dann haben alle teilnehmer die möglichkeit sich vorzustellen wie gesagt das ist eine video vorstellung das ist so wie live übertragung und das bedeutet alle menschen die online sind wir kommen ein bis zwei minuten um sich per video vorzustellen es gibt genug zeit wenn sie sprachprobleme haben dann bin ich dabei um ihnen zu helfen und um zu versetzen und nachdem alle teilnehmer sich vorstellen sagen wir 30 gäste das ist ungefähr eine stunde oder vielleicht etwas weniger dann machen wir die party zu ende und dann kommt meine arbeit ich werde ihnen bei den herren die links zu den damen profilen schicken und sie können diese profil bei uns auf der homepage abrufen und die informationen noch mal lesen und natürlich vergleichen mit dem was die damen über sich erzählt haben die damen bekommen offline ihre steckbriefe und dann können die damen auch etwas mehr von ihnen erfahren etwas mehr lesen und auch mit dem persönlichen eindruck vergleichen und ja dann sie herren schicken mir eine nachricht mit den id's mit den damen die sie kennenlernen möchten und so machen auch die damen wenn das zusammenpasst also wenn wir ein match haben dann tauschen wir kontakte aus alles was die party beeinhaltet moderation vorbereitung und dann in die profil von der damen schicken den damen ihrer steckbriefe schicken und dann kontaktaustausch falls die sympathie gegenseitig ist alles kostet im moment 20 euro also das ganze können sie für 20 euro bekommen in einer stunde 15 damen kennenlernen und dabei bin ich bei ihnen helfe ihnen gerne übersetze und aufmuntere natürlich ab und zu und helfe ihnen bei der kommunikation für die party am kommenden samstag am 30 november haben wir noch drei plätze frei für die herren die damen sind im alter 32 jahre alt bis 53 jahre alt die damen kommen aus moskau aus spielersburg aus kiev aus warschau aus prag aus deutschland aus berlin also sie können an diesem samstag 15 wunderschöne frauen kennenlernen kontakte austauschen und das alles für 20 euro worauf warten sie noch melde sich an und dann sehen sie am samstag dabei ich warte auf sie tschüss